Herzlich willkommen, Herr Reinhardt. Unser Landrat hat es tatsächlich geschafft. Noch auf dem letzten Drücker. Genau. Das ist die lose Momente. Von daher sind wir froh, dass er da ist. Und ja, wir beginnen jetzt hier draußen, wo ganz locker, wenn Sie Durst haben, da hinten ist der Getränkestank. Bedient werden Sie da nicht. Oder doch? Gibt es da was zu trinken? Ja, ist also alles gut. Meine Frau liegt, wir werden uns sehen. Genau, genau. Also, das passt schon in der Saal, gibt es hinten noch was zu essen. Und hier vorne gibt es die Musik. Genau. Heike, wo bist du? Okay, also. Das Schnufforchester beginnt und Frau Leske führt mich zum Romm. Oder nicht? Wir haben noch was zu sehen. Ich empfehle Sie, keine Rede, wir spielen jetzt einfach los. Okay? Gut. Ich wünsche. Wir machen das. Okay. Thank you. 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 Thank you.